Schon 20 Jahre in Paraguay, da bin ich schon fast ein Experte für Immobilien. Und da sage ich euch, warum derzeit Paraguay einer der besten Länder für eine Immobilieninvestition ist. Bleibt dran! Erstens, Stabilität des Marktes. So, das Land befindet sich in einer Wachstumsphase. Und die Regierung hat eine Reihe von Initiativen gestartet, um Investitionen zu fördern und den Wirtschaftssektor zu stärken. Diese Faktoren bieten potenziellen Investoren in Paraguay ein großes Wachstumspotenzial. Zweitens, Wachstumspotenzial. Paraguay Immobilienmarkt ist seit Jahren sehr stabil und verzeichnet einen steigenden Anstieg und stetigen Anstieg der Preise. Investoren können daher davon ausgehen, dass ihre Investitionen sicher sind und dass sie mit einer guten Rendite rechnen können. Drittens, Steuervorteile. Zu Paraguay bieten schon seit Jahren sämtlichen Investoren eine Reihe von Steuervorteilen, die sich aus der Unterstützung der Regierung für ausländische Investitionen ergeben. Hierzu zählen zum Beispiel Steuerbefreiung, wenn auch bestimmte Einkommen im Kapitalgewinne. Viertens, sehr attraktive Preise. So, Paraguay hat im Vergleich zu anderen südamerikanischen Ländern niedrige Immobilienpreise. Dies macht es zu einer idealen Option für Investoren, die in Immobilien mit dem guten Preis-Leistungs-Verhältnis investieren möchten. Fünftens, verbesserte Infrastruktur. Paraguay hat in den letzten Jahren, wie gesagt 20 Jahre, bin ich schon hier, eine Verbesserung seiner Infrastruktur erlebt. Darunter den Ausbau von Straßen und Autobahnen, Schnellstraßen, den Bau neuer Flughäfen oder auch Ausbau um die Verbesserung des öffentlichen Verkehrs. Diese Verbesserungen haben die Mobilität und die Geschäftstätigkeit im Land sehr verbessert. Sechstens, einige vielfältige Optionen. So, und zwar, Paraguay bietet eine breite Palette von Immobilienoptionen einschließlich Wohnungen, Häuser, Büroflächen und Gewerbeimmobilien. Investoren haben daher viele Möglichkeiten, um in Immobilien zu investieren, die ihren Anforderungen und ihrem Budget entsprechen. So, und siebtens, Finanzierungsoptionen. So, Paraguay hat auch eine breite Palette von Finanzierungsoptionen, auch für Investoren, die in Immobilien investieren möchten. Dies umfasst lokale Banken und Finanzinstitute, die Investoren attraktive Darlehen und Finanzierungsoptionen anbieten, um ihre Investitionen zu unterstützen. So, vergiss bitte nicht, Likes nach oben zu geben, den Kanal zu abonnieren, eure Kommentare, eure Fragen unten am besten stellen und ich werde sicherlich die besten Antworten persönlich beantworten, beziehungsweise besten Fragen euch beantworten. Bis dann, Likes nach oben, teilt das Video selbstverständlich und wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut!